Drei Generationen auf dem Weg zur Tafel. Armut wird auch vererbt. Meine Mama war schon bei der Tafel. Das heißt, ich bin auch ein Stück weit mit der Tafel aufgewachsen. Die Tafeln sind der liebgewonnene Pannendienst unserer Gesellschaft. Und das führt dazu, dass wir uns nicht mehr wirklich darüber Gedanken machen, wie die Ursache von Armut nachhaltig bekämpft werden kann. Für viele Bedürftige ist die Tafel überlebenswichtig. Sich das einzugestehen, fällt schwer. Der erste Gang zu einer Tafel ist hundertprozentig schambesetzt. Seit 25 Jahren gibt es die Tafeln in Deutschland. Und seit 25 Jahren steigt die Zahl ihrer Kunden. Ja, was soll ich dazu sagen? Armes Deutschland. Der Berliner Großmarkt an der Beuselstraße an einem Freitagmorgen. 7.30 Uhr. Hier mitten in Berlin befindet sich auch die Zentrale der Berliner Tafel. Sie ist die älteste in Deutschland. Aus diesem Lager holen die 45 Ausgabestellen der Stadt einen Teil ihrer Waren. Marco ist für die Tafel in Spandau gekommen. Seine Freundin Susi arbeitet als Krankenschwester und hilft ihm, ehe sie zur Frühschicht fährt. Wie viel will er denn weg haben? Alle oder? Ziemlich viel. Ja, dann nehm ich die. Weil wir haben dann noch ein paar. Dann nehm ich die Hälfte auf alle Fälle. Wir nehmen das mit, was hier vom Beuselmarkt gerade aussortiert wird von den Großbetrieben. Das kann heute Salat sein. Morgen Wassermelonen, hier Honigmelonen. Ich habe hier schon Sachen kennengelernt durch die Tafel. Die gibt es vielleicht im KDW. Wenn ich selber bedürftig wäre, würde ich auch zur Tafel gehen, ja. Weil die Waren, die sind nicht schlecht. Marco ist in Berlin-Spandau geboren, verlor seinen Job in der Landwirtschaft und fing vor elf Jahren bei der Tafel als Ehrenamtlicher an. Damals war er selbstbedürftig, lebte von Hartz IV. Viele, die hier arbeiten, waren früher Tafelkunden. Mir war es unangenehm. Ich habe es immer so lange wie möglich zurückgehalten, dass es keiner mitgekriegt hat. Muss ich ehrlich sagen. Punkt. Irgendwann geht es dann halt auch mal nicht anders. Das hilft schon, wenn man zur Tafel geht. Inzwischen hat er über die Tafel eine Anstellung als Hausmeister hier bei der Paul-Gerhard-Kirchen-Gemeinde in Spandau bekommen. Jeden Freitag wird in den Gemeinderäumen eine Ausgabestelle eingerichtet. Zu den Kunden der Spandauer Tafel gehören nicht nur Deutsche, denn fast 25 Prozent der Spandauer haben einen Migrationshintergrund. Im Eingangsbereich baut Christine Hoppmann einen Weihnachtsstand auf. Ach, irgendwo haben wir ganz viele Nussknacker. Du drückst jedem einen Nussknacker in die Hand. Ob er Nusse knacken möchte oder nicht. Vor 13 Jahren hat die ehemalige kaufmännische Angestellte diese Tafel gegründet. 25 meist ehrenamtliche Helfer unterstützen sie. Das Ausräumen der tonnenschweren Ladungen ist eine anstrengende Arbeit. Wir brauchen sicherlich immer mal Männer, die mich im Rücken haben, weil Männer haben es alle im Rücken. Oder eben mal einen Fahrer mit einem Auto, der also bereit wäre zu sagen, ihr fährt zwei Läden, weil wenn immer ein Fahrer ausfährt, müssen wir alles umstellen oder so, dass man sozusagen Fahrer in Reserve hätte. Die älteste Helferin ist Helga mit über 80. Und die beiden hier sind Vater und Sohn. Ich bin damals hierher gekommen, wo meine Mutter auch im Café gearbeitet hat. Die ist leider von uns geschieden und mein Papa hat hier angefangen, um auch nach der Arbeit auf Rente ein bisschen soziale Kontakte zu pflegen. Und ich bin seit zwei Jahren auch hier mit eingestiegen. Vor der Spätschicht komme ich dann noch hierher und nachher zur Spätschicht auf die Arbeit. Ja, damit man nicht die ganze Zeit zu Hause verbringt und was Nützliches tut. Wir fahren jetzt die letzte Runde. Marco wird noch einige der 33 Sponsoren abfahren, von denen die Spandauer Tafel weitere Waren bezieht. Von der Großstadt aufs Land. Der Landkreis Harz ist flächenmäßig zweieinhalb Mal so groß wie Berlin und hat 217.000 Einwohner. Im ehemaligen Stadtgefängnis von Quedlinburg befindet sich eine von acht Ausgabestellen der Tafel Harz. Sie versorgen mehr als 1200 Kunden, davon 320 Kinder. Seit einem Jahr ist Alexandra Schulze hier die Leiterin. Hallo. Die ehemalige Zahnarzthelferin ist Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen und jetzt bei der Arbeiterwohlfahrt angestellt. 15 Mitarbeiter und 15 Ehrenamtliche sind hier täglich im Einsatz. Und dann mit dem Adventsbasten am 6.12. dann, da mache ich auch noch mal einen Ausgang. Dann mache ich mal hier ab 11 Uhr, da kommt die David-Sachs-Schule und die singen. Und dann basteln wir alle so ein bisschen. Dann kommen die Schulbrüche an, weil da auch nicht. Mit Aktionen wie dem Adventsbasteln will sie die Tafel bekannter machen. Denn immer noch gibt es viele Bedürftige, die nicht wissen, dass sie berechtigt sind, sich hier anzumelden. Wir haben eine gewisse Einkommensgrenze. Und alle, die halt da drunter sind, die dürfen halt kommen. Weil 900 ist bei uns hier die Grenze. Also jemand, der von der Grundsicherung bekommt oder eine kleine Rente oder auch Auszubildende, die haben ja auch nicht viel. Um ihre Kunden zu versorgen, braucht jede Tafel Sponsoren. Eine Supermarktkette hat gerade ihre jährliche Tafelaktion beendet und eine der Filialen will heute eine große Spende übergeben. Hi. Hast du dich hergefunden? Ja. Sehr schön. Wollen wir mal, wa? Ja. Alexandra und ihre Kollegin Sabine fahren dazu ins benachbarte Halberstadt. Circa 100 Firmen und Privatleute helfen der Tafel hier als Sponsoren. Da muss das Dankschreiben zu Weihnachten wohl überlegt sein. Na, ich habe jetzt, warte mal, sehr geehrte Sponsoren. Das neue Jahr steht beinahe vor der Tür. Und mit ihm neue Aufgaben und Herausforderungen. Ja. So. Doch bevor es soweit ist, blicken wir zurück auf ein erfolgreiches Jahr. 2018 haben wir gemeinsam einiges erreicht. Für Ihre Unterstützung möchten wir ja herzlich Danke sagen. Frohes Fest und so. Zur gleichen Zeit holen die drei Kühlwagen der Harzer Tafel gesponserte Waren aus dem gesamten Landkreis. René Ulliger und Fahrer Matthias Brink haben heute 15 Stationen auf ihrer Tour. Erfolgreiche Tour wäre doch ein volles Auto. Ja. Ja, mit guten Produkten. Wir entscheiden ja vor Ort, was wir nehmen, was wir nicht nehmen. Ja, man muss aufs Datum schauen. Und dann, ob die Qualität dort passt, was wir selber essen würden, sage ich jetzt mal. Das ist die Hauptsache. Jetzt haben wir Grün. Matthias ist parteiloser Stadtrat in Quittlinburg und fährt seit anderthalb Jahren ehrenamtlich für die Tafel. Er wurde in Quittlinburg geboren. Von hier wegzugehen, kann er sich nicht vorstellen. Heimat. Also so ein Zigeunerleben, heute hier, morgen da arbeiten, würde ich nie machen wollen. Ich habe es mal probiert. Ne, ne, Heimat. Das ist Heimat. Wenn man hier geboren ist, wenn ich eine Woche nicht in Quittlinburg bin, dann vermisse ich meine Kirschdürme. Erste Station der Tour ist der Marienhof der Evangelischen Stiftung Neinstedt. Seit April spendet der Hofladen mit angeschlossener Bäckerei für die Tafel. Guten Morgen. Was vom Vortag übrig blieb, holen Matthias und René jetzt ab. Schön vorsichtig, langsam, langsam, warte. Ich hole raus. Okay, wunderbar. Die Evangelische Stiftung ist der zweitgrößte Arbeitgeber im Landkreis Harz. Touristen aus ganz Deutschland reisen in diese Gegend. Ulrike Klöckner kommt ursprünglich aus Schwaben. Ich spüre auch immer noch dieses Ost-West-Ding. Das hängt auch noch drin. So wie Berlin getrennt war, so war der Harz getrennt. Das sind Dinge, die sind immer noch nicht, da sind noch Trauma da, da sind die Munden noch offen. Also da ist, da gilt es vielleicht manchmal auch einfach nur irgendwie Brückenarbeit erstmal zu leisten, auf verschiedenste Art und Weise. Für Matthias und René geht es weiter auf ihrer Tour. Insgesamt werden sie heute circa 70 Kilometer über Land fahren. Acht Uhr morgens in Bremerhaven. Der Stadtteil Lehe ist einer der ärmsten Deutschlands, mit einer Arbeitslosenquote von 38 Prozent. Hier steht die Zentrale der hiesigen Tafel. Sie versorgt circa 1100 Kunden pro Woche. Rainer Giese ist der stellvertretende Leiter und seit 13 Jahren hier. Moin Kollegen. Moin. 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 Und? Alles klar? Alles klar, ja. Ja. Hier auch. Ja. Gucken wir, was da hinten los ist. 20 ehrenamtliche Mitarbeiter sortieren die frisch eingetroffenen Lebensmittel. In gut zwei Stunden öffnet die Ausgabestelle. Kommt für einen Moment zu spät. Wir sind gerade fertig. Oh nee, du, wieder alles auskippen? Ja. Laut Statistik senken bundesweit die Arbeitslosen- und Armutszahlen. Davon spürt Rainer Giese hier wenig. Vor fünf, sechs Jahren hatten wir bei 4000, 5000 und jetzt die 18.000, das ist eine Summe. Ja, was soll ich dazu sagen? Armes Deutschland. Die Tafeln sind nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Das meint Stefan Selke, Professor für Soziologie und gesellschaftlichen Wandel. Er forscht seit 2003 zum Thema Armut. Es ist eigentlich beschämend, dass die Tafeln seit 25 Jahren existieren. Deswegen sollte das oberste Ziel der Tafeln sein, nicht noch weiter 25 Jahre hier in diesem Land zu existieren, sondern sich selbst überflüssig zu machen und dann auch wirklich den Weg freizumachen für eine ernsthafte Diskussion über eine Gesellschaft, in der alle Menschen zufriedenstellend leben können. Um halb elf öffnet Rosemarie die Lebensmittelausgabe der Bremerhavener Tafel. Sie ist eine von bundesweit 60.000 Ehrenamtlichen. Ich bin ganz dankbar, dass ich hier arbeiten darf. Ehrenamtlich, ich kriege da nichts für, ja, aber ich kann mich nützlich machen. Und ich kann anderen Leuten helfen. Und wenn es so Kleinigkeiten sind, ich sehe, die haben so viele Taschen, sind alleine, kann ich mal eben helfen, nach vorne zu tragen oder sowas. Oder auch, wenn wir denen ein bisschen Süßigkeiten für die Kinder haben, in den Ferien hauptsächlich sind die Kinder auch mit bei. Und dann, wenn du dann siehst, wie die sich freuen, dass sie ein Stückchen Schokolade kriegen, das kannst du nirgends kaufen. Bis zu 220 Kunden werden Rosemarie und ihre Kollegen in den nächsten anderthalb Stunden versorgen. Zurück in Berlin. In der Paul-Gerhard-Kirchen-Gemeinde hat die Ausgabe der Spandauer-Tafel begonnen. Mehr als 30 Prozent der Tafelkunden hier sind Migranten. Das ist viel. Ein Grund dafür ist das AWO-Refugium, das vor einem Jahr geöffnet wurde. Aktuell wohnen in dieser Unterkunft 300 Flüchtlinge. Noch kann die Tafel das bewältigen, weil nur ein Teil von ihnen kommt. Aber wie lange wird das noch gut gehen? Es gibt sicherlich manchmal Bemerkungen oder so, wo wir dann dazwischen gehen. Es wäre, wenn ich jetzt sage, sowas gibt es nicht, wäre es heile Welt. Also so heil ist unsere Welt hier auch noch nicht. Ja, es sind welche weggeblieben, weil zu viele Ausländer. Es sind welche weggeblieben, weil zu viele Kinder. Immer mal wieder, ja. Aber es ist nicht das Groben. Auch diese irakische Familie wohnt im AWO-Refugium. Mohamed Al-Hilfi und seine Familie kommen aus Basra. Sie sind seit 13 Jahren auf der Flucht. Vor drei Jahren landeten sie in Deutschland. Mutter Hala und zwei ihrer vier Kinder waren letzte Woche schon einmal bei der Tafel. Vater Mohamed ist heute zum ersten Mal hier. 35! Nach einer Stunde warten, sind sie dran. Willst du das? Danke. Bye-bye. Danke. Okay? Gut. Drei Euro hat die Familie bezahlt und bekommt jetzt Lebensmittel für eine Woche. Ich bin froh, dass ich zum ersten Mal mitgegangen bin. Ich finde es gut, dass es das gibt, dass man zur Tafel gehen kann und die Sachen hier bekommt. Das ist gut für unsere Familie. Schön? Ja. Ja, dann schüße ich mir. Ich bin ehrlich. Bitte schön. Dann schöne Erdnachbände. Seit mehr als zwei Jahren warten sie auf die Entscheidung in ihrem Asylverfahren. Fällt diese negativ aus, müssen alle Deutschland wieder verlassen. Von Berlin zurück aufs Land in den Harz. 2300 Menschen wohnen in dem kleinen Dorf Gartasleben. Silvia ist 58. Ihren Pflegejob als ungelernte Kraft musste sie krankheitsbedingt aufgeben. Seit einem Jahr lebt sie von Arbeitslosengeld. Ich möchte schon wieder in Arbeit. Aber durch Krankheit war es im Moment auch nicht möglich. Auf dem Dorf hat man nicht so viel die Möglichkeit in der Stadt, in der Großstadt, suchen sie schon eher. Und auch das Alter. In meinem Alter was zu finden, ist auch ein bisschen schwierig. Im Moment. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das ist wichtig. Ich kämpfe weiter. Täglich schaut Silvia nach Stellenangeboten von Pflegediensten. In der Pflege brauchen sie ja immer jemanden. Mir macht das auch Spaß, mit älteren Leuten umzugehen und denen zu helfen und unterstützen. Und die sind auch manchmal so dankbar, dass man da ist. Und vielleicht doch mal fünf Minuten länger opfert, obwohl man eigentlich die Zeit nicht hat. Aber man macht es halt eben. Bisher kamen nur Absagen. Denn Silvia ist nur Betreuungskraft. Und die meisten Unternehmen suchen qualifiziertes Fachpersonal. Auch privat hat die 58-Jährige zu kämpfen. Vor zehn Jahren erkrankte Silvia an Brustkrebs. Und dann ging auch noch ihre Ehe in die Brüche. Ich lebe seit zweieinhalb Jahren alleine. Mein Mann hat sich von mir getrennt. Das hat nicht mehr funktioniert. Muss ich mich halt alleine durchboxen. Aber irgendwie schaffe ich es immer. Irgendwie geht es immer weiter. Wenn es auch manchmal schwierig ist in meiner Situation. Ja, das geht schon. Ich bin zufrieden. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Das ist mir erstmal wichtig. Genau dieses Dach könnte sie verlieren. Denn das Geld ist knapp. Monatlich bekommt Silvia 614 Euro vom Amt. Nur 114 Euro bleiben ihr zum Leben. Nach Abzug der laufenden Kosten rund um Haus, Auto und Versicherungen. Um Geld zu sparen, fährt sie alle zwei Wochen zur Tafel. Silvia hat monatelang gezögert, diesen Schritt zu gehen. Aber inzwischen kommt sie regelmäßig her. Hallo, guten Morgen. Die Taschen bitte. Ja, sehr gerne. Eine Person. Ja. Am Anfang habe ich mich geschämt, hierher zu gehen. Aber warum soll man das nicht machen? Das ist welcher Stolz. Ja. Ansonsten gibt es es uns nicht. Der Preis der Tafeln ist das Gefühl, am Rand der Gesellschaft zu stehen. Nicht nur in einem wörtlichen Sinne, sondern auch in einem symbolischen, sozialen Sinne. Im Sinne des Status, des sozialen Status, des Prestiges. Es gibt viele, viele Menschen, die zu Tafeln gehen, die es niemandem erzählen. Ja, ich muss mal eine mit. Die sieht noch schön aus. Die ist noch schön. Ja, gibt schöne Kürbissuppe. Esse ich gerne, lecker. Drei volle Tüten im Wert von circa 30 Euro. Für einen Obolus von 1,80 Euro. Aber die Tafel ist mehr als nur eine Lebensmittelausgabe. Das war von Anfang an auch die Absicht ihrer Gründer. Die Menschen, die diese Schamgrenze überwunden haben, die finden dann auch oftmals ein neues Zuhause. Die finden da plötzlich Menschen, die sie verstehen. Da brauchen die nicht erst umständlich zu erklären, wie das ist, arm zu sein. Sondern das wissen die untereinander. Und wir erleben das immer wieder, dass die Leute sich extra früher treffen. Und zwar nicht, weil sie so lange auf die Lebensmittel warten müssen, sondern weil sie sich gerne unterhalten. Weil sie da bei Kaffee und Kuchen sitzen. Und weil das für sie das Erlebnis in der Woche ist. Auch bei der Tafel in Quedlinburg gibt es so einen Ort der Begegnung. Ein Teil der Spenden wird täglich zu einer warmen Mahlzeit verarbeitet. Hier kann jeder essen kommen, der möchte. Der Name Restaurant mit Herz ist Programm. Dass wir für Bedürftige mit Herz und Liebe kochen. Das sind alles Stammgäste, die schon Jahre kommen. Und jetzt haben wir neulich auch wieder Schulkinder. Die kommen dann auch so immer, wenn die Pausen sind. Kinder zahlen einen Euro. Erwachsene im Schnitt zwei. Auch Silvia nutzt das Angebot. Oh, haben sie lecker gekocht. Also muss man sagen. Doch, super. Schön. Ja, wir können froh sein, dass wir das haben. Und für zwei Euro? Das kann man sich nicht leisten. Dafür kannst du nicht kochen, für zwei Euro. Richtig. Erstmal haben viele auch Vorurteile. Die sagen dann, bravo, dreckig, säufer, stinken. Ist nicht so. Ich muss ehrlich sagen, diese Vorurteile hatte ich auch gehabt. Ist aber nicht so. Ich komme seit 2011 her und ich möchte es nicht wissen. Ja, meine Meinung. Ich komme auch gerne her. Man kennt sich untereinander. Ich sage mal, blöd gesagt, wie im FDP-Heim. Zur selben Zeit sind wir immer alle da. Silvia und Angelika haben eine ähnliche Biografie. Wir hatten alle unsere Arbeit. Wir haben unsere Schulausbildung. Wir haben unsere Lehre gemacht. Und jetzt sitzen wir hier, werden abgestempelt mit Hartz IV, müssen zur Tafel essen gehen. Wir müssen nicht. Aber mit dem, was man kriegt, reicht man nicht aus. Zum Arbeiten ist man zu alt. Die wollen alle junge Leute haben, aber mit 40 Jahren Erfahrung. Wo das enden soll, weiß ich auch nicht. Bundesweit werden in mehr als 2000 Ausgabestellen 1,5 Millionen Kunden versorgt. Mittlerweile kommt die dritte Generation Tafelkunden seit Gründung. Bei der zentralen Ausgabestelle der Bremerhavener Tafel ist Laura Rogel und ihre Familie registriert. Sie bekommen 993 Euro Arbeitslosen- und Kindergeld. Nach Abzug der Fixkosten bleiben 111 Euro. Während Oma Ingrid auf den zweijährigen Liam aufpasst, schaut Laura mit ihrem Lebenspartner Patrick in der Kleiderkammer nach günstigen Sachen. Liam bräuchte mal so Butcherhosen. So, ich kann sie auch. Warum sind das zu lang? Hosen ist da ja 104, 110. 116. Das ist viel zu groß. Nein. Doch. Die krempel ich einmal um. Hier kriegt man eben halt solche Hosen. Die würden im Laden 9 Euro kosten. Und hier kosten die halt 50 Cent oder 10 Cent. Weil ich habe jetzt drei, vier Pullis, zwei T-Shirts und zwei Klamotten für meinen Sohn und zwei Bücher. Und für 3,80 Euro würde man noch nicht mal ein T-Shirt kriegen. Für weitere vier Euro kann Laura sich, Sohn Liam und ihrem Lebensgefährten Patrick, Lebensmittel für eine Woche holen. Patrick bekommt als Langzeitstudent weder BAföG noch Sozialhilfe. Sozialhilfe. Zwei Personen. Zwei Personen. Kettoppel? Ja, gerne. Und gerne die Zucchini. Meine Mama war schon bei der Tafel. Da waren wir, da wohnte sie mit mir und meiner kleinen Schwester alleine. Hat auch gearbeitet und hat auch Beihilfe für mich und meine kleine Schwester vom Arm gekriegt. Aber es hat halt immer noch nicht wirklich gereicht. Und sie ist damals halt schon zur Tafel gegangen. Das heißt, ich bin auch ein Stück weit mit der Tafel aufgewachsen. Also wusste ich halt immer, dass es da einen Platz gibt, wo man hingehen kann, wenn man nichts hat. Eine Generation gibt ihre Tafelerfahrung an die nächste weiter. Genau da setzt Professor Dr. Selke an mit seiner Kritik. 25 Jahre Tafeln bedeutet wirklich drüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn eine gesamte Generation von Bürgerinnen und Bürgern, die in einer bestimmten sozialen Lage sind, sich an Tafeln so gewöhnt haben. Aber wenn auch wir alle in der Gesellschaft uns an Tafeln gewöhnt haben, so wie wir uns eben an ADAC gewöhnen und überhaupt nicht mehr wissen, wie man Plattenreifen wechselt, sondern einfach nach der Hilfe rufen. Die Tafeln sind der liebgewonnene Pannendienst unserer Gesellschaft. Und das führt dazu, dass wir uns nicht mehr wirklich drüber Gedanken machen, wie die Ursache von Armut nachhaltig bekämpft werden kann. Weißbrot? Ja, gerne. Du kannst mir auch die ungeschnittenen mitbegeben. Das ist Brot für die Woche. Wir brauchen dann kein Brot mehr zu kaufen. In ein paar Jahren will Patrick sein Lehramtsstudium abschließen. Dann hofft die junge Familie, auf eigenen Füßen stehen zu können. Sohn Liam soll in Zukunft ohne die Tafel aufwachsen. Um 14 Uhr schließt die Ausgabe der Bremerhavener Tafel. Zeit für ein Päuschen. Rainer Giese hofft, dass sein Vertrag als stellvertretender Leiter verlängert wird. Für ihn ist die Tafel mehr als nur Lebensmittelausgabe. Oh, eine ganze Menge. Mein Lebensinhalt. Meine Nervennahrung. Was haben wir hier schon alles erlebt, ey? Ja. Immer wieder schön. Jeden Tag was Neues. Ne? Ne, wir bleiben bis zum bitteren Ende. Bis ich nicht mehr kann. Bis man mich hier in die Waagerechten raus trägt. Ne? Die Leiterin der Harzer Tafel, Alexandra Schulze und ihre Kollegin Sabine Herford, sind zu einem Sponsor nach Halberstadt gefahren. Für je 5 Euro konnten die Supermarktkunden Tüten mit länger haltbaren Lebensmitteln spenden. Die Aktion ist gerade vor Weihnachten schon sehr wichtig, weil da doch einiges an Tüten zusammenkommt. Und gerade auch mit Produkten, die wir sonst so nicht gespendet bekommen. So Nudeln, Reis und Klöße und solche Sachen. Also das ist wirklich eine ganz tolle Aktion. Die beiden holen heute die gepackten Tüten aus dem Supermarkt ab. Ach, hallo. Hallo. Grüße Sie. Schönen guten Tag. Sie wollen jetzt die Tüten abholen? Wie viel sind es jetzt? 86. Ich habe geziert extra. Sehr schön. Deswegen würde ich jetzt gar nicht alle wegkriegen. Morgen kommt ein Auto, morgen Vormittag. Und dann... Ich zeige es Ihnen mal? Ja, gerne. Und dann... Schauen wir mal. Ja, Wahnsinn. Ja, die drei Rollis voll, ne? Sehr schön. Neben Aktionen wie diesen gibt der Markt täglich Waren an die Tafel ab. Wir haben Tage, da geht man einen ganzen Rolli weg. Manchmal ist es nur, kommt er mit dem Karton an, naja, freut er sich nicht so. Also es kommt darauf an, wie auch die Jahreszeit ist und wie halt auch der Abverkauf ist. Waren, die nicht mehr lange haltbar sind, verkaufen die Supermärkte oft mit hohen Preisnachlässen. So müssen weniger Lebensmittel vernichtet werden. Das hat aber zur Folge, dass immer weniger bei den Tafeln landet. Das Problem wäre, wenn wir auf der einen Seite keine Lebensmittelverschwendung mehr hätten und somit auch keine Möglichkeit der Lebensmittelverteilung, dann müssten wir auf der anderen Seite, dürften wir auf der anderen Seite keine Armut mehr haben. Haben wir aber die Armut noch, dann ist es wirklich worst case. Fünf Filialen der Supermarktkette haben im Landkreis an der Aktion teilgenommen. Insgesamt sind so fast 500 Tüten für die Harzer Tafel zusammengekommen. Vielen lieben Dank. Kommen Sie mal rein mit dem? Ja, mache ich. Okay. Ne? Super. Auch Gernrode liegt im Landkreis Harz. Hier gibt es seit 1870 die Bäckerei Hecht. Eine der Adressen auf der Tour von Matthias und René von der Harzer Tafel. Morgen. Morgen. Na, alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Haben Sie vielleicht ein bisschen was für uns? Ja, aber guck mal hier. Oh, das ist ja ganz lieb. In fünfter Generation führen Barbara Hecht und ihr Mann die Familienbäckerei mit Kaffee. Dann bedanken wir uns recht herzlich. Ja, gern gesehen. Das sind die guten Menschen. Und Freitag dann wieder Zettel, ja? Mach das ja gern, genau. Auf Wiedersehen. Dreieinhalbtausend Einwohner hat Gernrode noch. Wie häufig in der Gegend ziehen die Jungen weg. Viele, vor allem Ältere, fühlen sich zurückgelassen. Was auf dem Land teilweise auch ist, ist, die Rentner, die haben gar keine Möglichkeit, dort irgendwo einkaufen zu gehen, weil es gar keine Läden gibt. Ich weiß, bei meinen Eltern im Dorf, da ist kein Laden. Die können da nichts kaufen. Bäckerfamilie Hecht geht es vergleichsweise gut. Seit Jahren spendet sie für die Tafel. Die meisten Politiker stellen sich gerne zu Weihnachten mal hin und schwingen da einen Kochlöffel und zeigen, hallo, wir sind in der Tafel. Die sollen darüber hinaus auch mal öfters hingehen und öfters gucken, warum das alles so ist. Man sieht es ja mit dem Mindestlohn, die Altersarmut. Das hat doch jeder allgegenwärtig in der Familie. Das tut einem manchmal schon weh. Wir sind so ein reiches Land und es hat so viel Geld für irgendwelchen, ich sag es mal so, wie es ist Mist ausgegeben. Ja, wenn ich mir überlege, was da für Geld verpasst wird, wie viele arme Leute dort geholfen werden könnte, aber wo fängt man an und versuchen wir auch unseren kleinen Beitrag zu tun, um zu helfen. Nach 15 Stationen, 70 Kilometern und viereinhalb Stunden kommen Matthias und René mit einem vollen Auto wieder bei der Tafel an. War gut alles? Ja, alles prima, wie immer. Oh ja. Oh, schön. Manchmal ist das Auto nicht mal halb voll, aber heute hat es sich gelohnt. Das ist gut. Und das geht jetzt auch alles dann direkt zur Ausgabe. Die Nachmittagsausgabe öffnet um 14 Uhr. Alles, was die drei Autos der Tafel heute auf ihren Touren eingesammelt haben, wird jetzt direkt wieder ausgegeben. Darunter auch die Tüten der Supermarktaktion. Danke, sehr schön. Ja, bitte schön. Danke, mich. Jawohl. Eine Woche später. Nikolaustag. Die Tafel Harz lädt zum Adventsbasteln ein. Nicht nur Tafelkunden, auch Senioren und Kinder aus dem Ort sind gekommen. Der Chor der David-Sachs-Schule sorgt für weihnachtliche Stimmung. Hey, du Weihnachtsmann, ich weiß, du kriegst das Sinn. Denn meine Wünsche sind so klein. Für Alexandra Schulze ist es das erste Weihnachten als Tafelleiterin. Ein kleines Engel war auch Schreinlein. Auch die Bastelmaterialien haben Alexandra und ihre Kollegen von Sponsoren besorgt. Das hier, das könnt ihr einfach nur das abziehen und dann müsst ihr das nicht mit der Heißklebepischschule machen. Wir können die auch alle erstmal hier sammeln, dann sucht ihr euch nachher was aus. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir am Weihnachten dann hier ein paar schöne Tage verbringen. Wir haben ja auch geöffnet am 24. und am 25. und da sitzen wir dann alle gemeinsam hier und machen uns ein schönes Fest. Die Tafeln in Deutschland sind längst viel mehr als nur eine Ausgabestelle von Lebensmitteln. Sie sind Begegnungsstätte für Menschen. Sie geben Arbeit und Lebenshilfe. Sie sind Begegnungsstätte für Menschen.